Morgen, 18 Uhr, 24 Stunden Livestream, Dennis streamt, wir hatten League of Legends spielen. Am Anfang sind wir alle dabei, wir hatten ein paar Nummels zocken, vielleicht ein paar Arams, wir können dabei sein. Und danach, wenn die Nacht anbricht, wird Dennis Ranked zocken. Das ist einfach verdumt, Leute, das sag ich euch. Und das Highlight ist, Dennis wird seine Riven auspacken. Ihr werdet exklusive Riven Skills sehen, die ihr drei Jahre lang geübt habt, die einfach nur hervorragend sind. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ich bin da, von ihr auch.